Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von How to Survive 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich bin natürlich mit dem DOSCAS am Start. Hallo! Hallo! Ja, ähm, wir sind jetzt noch kurz zurückgelaufen und ich bin jetzt am Überlegen... Äh, Waffen. Ich will auch so einen, äh, tollen Richter haben. Ähm, ja. Den crafte ich mir jetzt auch. Wir müssen mal gucken, dass wir hier langsam eine Verteidigungslinie irgendwie... Oder die Frage ist, macht es Sinn noch aufzuwerten? Äh, macht es immer, oder? Jetzt hast du ja repariert. Ne, ich habe aufgewertet. Echt? Da wird ja anscheinend automatisch mit repariert, keine Ahnung. So, äh, dann Feuerwaffen. Da haben wir die Tommy Gunny. Naja, gut, immer noch. Ich hole mir jetzt den Richter, wobei der eigentlich gar nicht... Da gibt es auch noch was anderes, der Friedenstifter. Der hat auch die 10mm Munition. Ja, das ist richtig, aber dafür brauche ich eine Kunststoffklemmschelle. Äh, habe ich keine. Stimmt, und einen Stahlriegel. Ja, den Stahlriegel hätte ich. Ah, den braucht der Richter auch, bestimmt. Ja. Ähm, was gibt es hier so im Nahkampf? Nein, auch nichts Besonderes. Ne. Ähm. Wobei, äh, mit noch, mit Gebäudestufe 7 könnte ich mir auch, äh, einen besseren Bogen machen. Achso, dass du eher auf Bogen gehst. Ja, ähm, dann machen wir doch mal Stufe 7 draus. Und dann nehme ich mir jetzt den besseren Bogen. Der Verhandler. Also, die Namen sind ja echt geil von den Dingern. Achso, du meinst der Nadelwerfer. Ja. Äh, und ich nehme mir jetzt den Beschützer. Jawoll. Wunderbar. Mir ist aufgefallen, wir brauchen extrem viel mehr Holz. Das stimmt. Ich kann nämlich nichts mehr bauen. Ich habe aber bestimmt noch jede Menge, ähm, dabei. Achso. In meinem Inventar, da. Kommt ja alles schon mal da rein. So. Was, äh, ach man, jedes Mal die falschen Knöpfe hier, ey. So, dann habe ich hier den Beschützer. Jawoll. Ähm, da hätte ich auch noch einfache Pfeile. Wobei, dann lohnt es sich jetzt vielleicht auch schon mal, die etwas besseren Pfeile zu craften. Da gehe ich nochmal kurz an die Waffenkammer. Und das war ein ziemlich langer Satz, den ich am Stück gequasselt habe. Habe ich gerade richtig gemerkt. Gut. Ähm, ich mache mir Pfeile mit Feuersteinspitze. Ja, haben wir ja eh, glaube ich, genug von dem Zeug. Ja, habe ich mir jetzt einfach mal 60 Stück gemacht. Oh. So, dann hätte ich hier Munition. Jawohl. Wunderbar. So, Essen und Trinken ist voll. Das gefällt mir. Dann kann ich jetzt hier auch, äh, an die wunderschöne Kiste, die, den Diplomaten reinpacken. Demunition. Brauche ich nicht. Und ich brauche nur einen Schraubendreher. Mit dem habe ich gerade faircrafted. Okay. War ja nicht gerade. Was können wir noch schönes machen? Nix, ne? Tja, uns fehlt, also vor allem, wir brauchen eigentlich ein bisschen Holz, brauchen wir. Wir brauchen, äh, Blechplatten und Pflastersteine. Und dann könnten wir die Gießerei machen. Ja, ich nehme an, die wird uns schon viel helfen. Ja, weil fürs Chemielabau brauchen wir die Stahlplatten und ich denke mal, in der Gießerei, na, werden wir wahrscheinlich das Zeug kräften können. Gut. Äh, ich würde aber trotzdem sagen, wir machen noch mal eine Mission, äh, von da oben links, wo wir eben waren. Weil der Bruder ist ja jetzt da. Ja, da haben wir, eigentlich, das ist ja ein Quest offen. Oben rechts steht es ja noch, ne? Äh, genau. Äh, dann würde ich auch sagen, gehen wir da einfach mal hin. Ja. Hast du was zu essen gekocht? Oder hast du was gegessen? Ich habe gegessen, ja. Du hast gegessen, alles klar. Ähm, hier haben wir die weißen Dings. Oh, Holz. Holz muss man mitnehmen. Äh, wenn immer ein Zombie da ist, lasst ihn mal stehen, weil ich will mal sehen, äh, was der neue Bogen jetzt da so ein Damage macht. Hier muss doch immer mal ein Zombie sein. Da, ein Dicker. So, ich gucke. Oh ja. 832 mal ein Bogen. Kann man machen? 832. Respekt. Ich schaue eben beim Kurvak, was ich hier an Munition kriege. Ah, immer noch die 8mm-Patt. Drohnen. Gut, äh, das gefällt mir, weil die Zombies fallen jetzt endlich wieder instant um. Äh, wo bin ich denn das hingerannt? Wo ist denn das da? Da. Bin ja, äh, gar nicht verwirrt, gerade. Gar nicht verwirrt. Jawohl, ein Stück Holz habe ich hier. Ich gehe schon mal nach oben. Ja. Wenn du hier alles lootest. Ja, ich komme, ich komme. Gucken, was ich hier unterwegs noch so finde. Ähm. Irgendwas von der Horde, aber ich sehe keiner. Ja, da. Oh, da. Oh, da. Oh, ha, 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 ha. What the fuck? Was geht denn hier ab? Au. Jetzt reicht's mir hier. So. Da kommt er. Du Heugabel-Freak. Ende Gelände hier. Das hast du, ja. Ja, kriegst du ja gleich. Ist denn hier los? Boah. Alter. Da schießt er mich um. Ja. Da bist du gerade schön vor mich gerannt. Das tut mir leid. Ach, danke. Es tut mir leid, das war gerade ich keine Absicht. Brauchst du Verbände? Nee, aber ich brauche meine Heugabeln wieder. Ach so, ja. Die kriegst du dann natürlich. So. Rostige Mistgabel. Sehr schön. So, äh, dann würde ich sagen, quatschen wir ihn mal an. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. So, hungrige Pelikane. Das klingt schon mal nach was zu essen, aber... Leere Farbspray-Dose und ein Dichtring. Na ja, gut. Äh, okay. Ich muss mit dir reden, Fremdling. Du hast mich letztes Mal im Sumpf aufgespürt. Und ich wurde von einer Horde infizierter Pelikane angegriffen. Lach nicht. Du fändest es garantiert nicht so witzig, wenn dir das passiert wäre. Diese dreckigen Biester haben meine Waren aufgefressen. Und auf meinen Krokodil-Stief gekotzt. Und das alles nur wegen dir. Also, wenn du weiter was mit mir zu tun haben willst, dann mach das gefälligst wieder gut. Hörst du? Okay. Gut, äh... Pelikane töten, hä? Ne. Loskos Paket finden. Okay. Dann, äh, starten wir mal. Ja. Level? 8? Oder hast du das genommen? Ja, ja. So wie es ist. Okay, Hardcore also. Ja, was willst du runterstellen? Ist ja langweilig. Also, äh, bisschen Herausforderung muss ja sein. Ja, ist ja gut. Ja. So. Ja. Gucken, was wir hier so alles Wunderschönes finden. Ah, mal wieder keine Stadt. Sehr schön. Okay, der braucht zwei Schuss, der wilde Pelikan. Endlich gibt's Federn, Mann. Ah. Weil finden wir ja hier den einen oder anderen Hirsch. Äh... Oder Hund. Oder... Au! What the fuck? Ah! Fuck! Ich bräuchte mal... Ach so. Ja. Da war noch einer. Ja, ja. Ich brauche ewig zum Zielen. Das ist das Problem. Nein, sechs positives. Bei mir geht das eigentlich recht gut. Ja, Entschuldigung. Mir gefällt mir das halt auch extrem gut, dass die halt mit einem Schuss, äh, umfallen. Ja. Ja, wir müssen gucken, äh, dass wir uns irgendwie mehr absprechen, weil es bringt nichts, wenn ich auf was ziel und du es dann umbringst. Ja, das stimmt allerdings. Wenn es viel Gegner kommen. Komm, Bär. Ja, dann kommen wir den immer gut. Ach du Scheiße, wie viele kommen denn hier unten, Mann? Ich seh gar keinen. Scheiße, da... Ja... Oh... Dreckshunde... Alter... Ja, da mussten wir dann nochmal zwischendrin nochmal denken, dass du mir meine Pfeile gibst. Ja, klar. So, der ist mir da hinten. Also hier gibt's auf jeden Fall schon mal einiges am Trommeln, so ein bisschen. Äh, ist ganz gut, dass wir uns wenigstens was zu trinken machen können. Ja. Im Notfall kann man sie auch essen. Ja, ach Gott. Boah. Ah! Hinter uns, hinter uns. Oh Mann. Meine Viecher. Ah. Gut. Ja, ich schieße es einfach. Kostet zwar mehr Munition, aber was soll ich machen? Ja, es, äh, macht halt sonst... Oh, da ist so ein Killer-Pelikan. Ih, der kotzt. Boah. Okay. Also auch schon sehr lustige Gegner. Hm. Vorsicht, hinter dir. Boah, den hab ich aus der Hüfte getötet. Links neben dir. Boah. Oh. Oh, da kommen zwei Dicke. Alter. Also langsam, äh, nimmt das Spiel dann Fahrt auf. Ja. Fällt mir aber sehr gut. Gut. Muss ich sagen. Hätt ich das gewusst, hab ich mir Munition mitgemacht. Ich hab jetzt schon wieder fast 100 Schuss verballert. So, da oben hab ich noch mal einen Pelikan erwischt mit Federn. Ja, das ist gut. Sind das Heilpflanzen? Ja. Massiv Heilpflanzen. Das ist schön hier. Okay, das ist ein Sockkossen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, da kommen wieder welche. Oh, daneben. Oh. Ja, das ist geil, wenn die echt hintereinander laufen und ich aufladen kann, dann erwische ich beide, äh, also einen Durchschuss hab ich dann. Okay. Okay. Wieder Brombeeren. Ah! Kleiner Rammler. Kleiner Rammler. Ja, das ist, keine Ahnung, was waren die komischen Patrioten da? Ich seh grad leider noch nix. Okay. Alter. Hast du eigentlich mal deine Loot-Taste umgestellt? Ich bin immer noch fleißig auf F unterwegs. Alter. Ich hör einen Hund, oder? Äh, konzentrier mich auf unten, soweit es möglich ist. Pelikan. Gut. Alter. Geht's aber auch ab hier grad. Also, es ist grad echt schon echt anstrengend. Ja, aber, äh, es gefällt mir trotzdem immer noch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ich hab noch einen Pelikan. Kommst du zurecht, wenn wir uns was sagen, wenn wir uns was sagen. Nee, ja, Hilfe. Wo bist du denn? Ach, da oben. Jawohl. Hunde, 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 Hunde. Diese Drecks, Hunde. Ja, das meinten. Ich schieß jetzt gar nicht mehr. Ja, ja, was soll ich machen? Dies halt einfach. Ah, du hast das Paket gefunden. Wollen wir hier noch ein bisschen weiter rumlaufen? Weil Pelikanen sind gut, weil dann kann ich mir nämlich Dinger mit Federn machen. Noch bessere Pfeile, oder? Ja, ja. Ja, okay. Gerne doch. Weil ich hab noch 70 Schuss, also es passt noch. Oder den anderen. So, der dicke ist mir. Wunderschön. Grün-gälliger Pilz, okay. Wie? Ja, wenn mal cool, wenn mal eine Pilzsuppe machen könnte, oder einfach so ein bisschen. Was war das? Mal ein Pelikan? Der Dicke. Ah, so. Denk jetzt eben, grad killst du den und dann lässt du den stehen, ne, bei mir. Ja, ich weiß echt nicht, warum ich schießen soll. Ach, daneben. Glaubst du nicht. Ich brauch halt eine Weile zum Anvisieren. Ja, ich brauch genauso lang wie du. Oh, Pelikan. Ah. Äh, jetzt, äh, will mein Headset ja auch noch Strom, das ist ja noch viel schlimmer gerade. Äh, daran merkt man wieder, äh, dass wir einfach zu lange aufnehmen. Äh, ich glaub, äh, wie lange hält mein Headset, äh, sechs oder acht Stunden? Oh. Tja, das ist das Gute, wenn man einfach Kabelfreund ist. Ja. Oh, ich bin ja auch Kabelfreund bei meiner Internetleitung, aber. Hehehe. Tja, leider. Ich hab's echt gehofft, dass wir hier ein Reh finden. Oh, schade. Da drüben ist noch was. Wo? Oben rechts, meinst du? Ja, da rechts geht's noch irgendwie weiter. Äh, du könntest auch mal gucken. Achso, das ist vor lauter Karte gucken gerade. Ähm, ob du hier irgendwo zufällig, achso. Äh, meine Pfeile hast du, die du mir mal geben könntest? Ja, natürlich. Ähm, ich hab zwei verschiedene Pfeile, ich geb dir beide. Ja, erzähl damit. Hab ich jetzt das richtig angeklickt? Hast du grad was bekommen? Ja, das waren die einfachen. Gut. So. Ah, ja. Gut. Also hab ich nur 21 Pfeile verschwendet. Gut, das geht ja noch. Gut, äh, nein. Nicht Escape, sondern Circumflex. Circumflex, ja. Ja, Mann, da ist es wieder. Ah, je. No. Ah, so. Wollen wir noch gleich anquatschen? Ja, natürlich müssen wir ja abgeben. Gut. No. Also was ist? Was ist mit dem Paket? Du machst ja wohl Witze. Meine Fracht ist futsch und stinkt jetzt nach Fisch. Netter Versuch, aber mach gefälligst fertig, was du angefangen hast. Okay. Okay, gut. Ähm, da können wir ja gleich hingehen. Ich bin jetzt da dafür, dass wir jetzt erst nochmal zu dem Haus runtergehen. Komm mal mit. Ja. Oh, Stock. Was? 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 Ja, ja, Holz halt. Oh, da oben war ein Hasen. Da. Oh, schieß doch schneller. Oh, scheiß Zombies. Muss der mich da umhauen? Oh, ja, klar. Was geht denn jetzt ab? So ein Drecks. Alter. Die gehen... Die sind langsam was echt böse. Alter. Genau. Eine wunderschöne Errungenschaft. Was würdest du nur ohne mich tun? Wunderschön. Ich hab den Hasen... Also, einen Schuss überleben die. Das ist blöde dran. Ja, also, vielleicht soll ich's mal am Falle und Bogen jetzt probieren, weil bei mir fallen ja auch die Dicken mit einem Schuss um. Ja, aber du musst halt sofort schießen. Du hast keine Zeit zum anvisieren. Da sind sie wieder. Warte. Das sind die Richtung gerannt. Da oben. Scheiße, links oder rechts? Ich weiß es nicht. Oh, ein Haus. Ah, nee, das ist doch so ein angefressenes Vieh, oder? Äh, nee, das war ein Hase. Also, nicht ein Reh. Er kam ja trotzdem ein Reh getötet. Ja, aber halt ein angefressenes. Voll. Also, hier war ein Haus, ne? Ja, ich warte, ich komm gleich, ich will hier die Dings noch mitnehmen. So. Äh, wo bin ich denn überhaupt? Alter, hier oben ist auch noch riesen viel, ey. Alter, was ist denn hier los? Ah, hier läuft's jetzt richtig. So weit genug weg? Ja. Ich muss mir unbedingt Verbände machen, aber ich komm nicht dazu. Alter, mach doch gerade. Ja, ich probier's. Seh dich gerade, deswegen. So. Gut. So. Ab in die Hütte. War das? Alter. Oh. Äh, muss doch mal weg. So, unten ist gecleert. Da ist noch wer drin. Das ist richtig, aber ich seh sie gerade nicht. Die sind hier hinter der Mauer. Da. Jawoll. Hm? Also, das waren auf jeden Fall, warte. Ich hab jetzt vier Do's mit Kornbeef. Jawoll, so langsam läuft's doch hier, Mann. Ich sag doch, wir müssen hier öfter nach jeder Mission das Zeug hier abgrasen, dann läuft das auch. Aber wir brauchen unbedingt noch Erbsen, damit wir besseres Zeug kochen können. Mit dem Kornbeef. Und Erbsen ist es nur halb so gut. Ja. So. Ich sag mal zu der anderen Hütte, was du da gesagt hast. Ja, wir gehen noch zu der anderen Hütte. Ich muss gerade mal gucken, die ist relativ weit. Was ist das da unten gleich da? Ja, ja. Immer hier jetzt schön an den Dings lang. Beipflanze. Ich hab hier Holz. Großes Holzstück, sehr schön. Ist das denn da drin? Ja. Kohlebrocken. Irgendwas quietscht hier beim Laufen. Ach, das ist der Fette. Irgendwas quietscht hier beim Laufen. Warum lebst du noch? Das fang ich auch gerade. Oh, ich kann den nicht anvisieren. Ja, das ist ein Imbar-Zombie. Echt? Ja. Haha, scheiße. Gut, dann einfach weg von dem Imbar-Zombie. Also ich konnte mir der Heugabel erwischen, aber ich mach mir der Heugabel so gut wie keinen Schaden. Muss mich vielleicht mit dem Knüppel mal ran. Ne, der hat ja eben gerade... Ah, da unten war ein Haar. Ach du Scheiße, sind da viele Gegner drin. Ja. Ich hoffe, da kommt kein Zug. So, komm mit zu dem Häuschen da unten. Ach, du meinst gar nicht das Häuschen hier? Nein, das hatte ich nicht gemeint. Aha. Ich meine derzeit noch da rein, bis du da nachkommst. Ach, du meinst das Haus da? Okay. Oh, ein bisschen Kohlebrocken, für was auch immer die sind. Ja, ich denke mal für die Schmelze zum Befeuern. Ja, wahrscheinlich. Ähm, da, die Hütte hab ich gemeint. Okay. Uh! Ah, Hase, Hase! Hase! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja, ich hab einen Hasen! Einen hab ich! Da ist noch einer! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Scheiße. Die sind bei mir viel zu schnell aus der Range draußen. Das Problem ist, dass ich bald zurück muss. Ich hab noch 19 Schuss. Ja, das ist ja nicht schlimm. Deswegen machen wir jetzt auch das Haus hier. Hier. Nein! Oh Gott! lalala 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 alter krass das geht mal weg alles klar gott da kommt der dicke ich habe auf jeden fall eine dose mit mit erbsen gefunden ja ja die sind da rechts so limo limo und noch mal immer jawohl wenn ich jetzt mal noch dazu kommen würde oh jetzt ein dicker hier oben problem ist kann sie halt gerade nicht anvisieren ich auch nicht lass mal runter gehen wozu geht es auch nein und garen flechtseile naja gut hauptsache mal ein bisschen was zu schokoriegel ja 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 wir bewegen uns zurück und das kann die werden anmoderiert ja 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 weil wir wechseln uns hier gerne ab hassen hassen die sind hier ins gebisschreibe ich hab gehofft die kommen raus die sind immer zu dritt oder so ach tschuldigung sonst können die sich ja nicht so schnell vermehren ja leute wenn euch die folge gefallen hat lasst uns nochmal oben da packt uns die kommentare ja das ist der alte der alte ich weiß noch nicht hä war da was ich verkneif es mir jetzt besser was hat er denn vergesst auch nicht bei dem anderen mal auf dem kanal vorbeizuschauen äh wir würden uns drüber freuen ähm dann sehen wir uns in der nächsten folge bis dann leute tschüüüüü Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.